Ich liebe Wuppertal, weil ich heute das erste Mal hierhin durfte für die Wupperwende und ich das sehr spannend finde und sehr toll, dass auch MS-Kranke unterstützt werden können und motiviert werden. Das ist für mich sehr wichtig und das war für mich heute eine Herausforderung, aber ich möchte das gerne weitermachen, weil ich da Spaß dran habe.